Machste nix. So, hör mal die Tür hier. Bevor da unten hingehen, gehen wir erstmal hier durch die Tür. Hey, was macht ihr da? Hä? Und Schwert. Toll. Ey, was soll das denn? Bleib mal schön hier. In die Schwertscheide, komm. Boah, es ist ein Schwertständer. Tut mir leid, es ist ein Schwertständer, entschuldig bitte. Vertan, vertan! Sprag dir! Bang, Junge. Schön. Oh, oh, yeah. Schickmacht. Das war gut. Das war gut. Okay, irgendwie muss man die doch kaputt kriegen, die Herrschaften hier. Frage ist, wie? Hm? Mag er nicht. Gut. Dann nisch. Aber irgendeine Möglichkeit muss es hier doch geben. Aha, guck mal. Seht ihr auch, was ich sehe? Seht ihr das? Uh. The sword. The dragon sword. Oder so. Oh, warte mal, wir können mit dem jetzt, mit dem Ding hier, Bäm, Junge. Ah, sag mal, seid ihr doof? Seid ihr vollkommen jetzt bekloppt, oder was? Hört doch mal auf jetzt. Geht dann durch die Lumpe. So, Wolf, das ist ja, also... Wisst ihr hier noch von Fledermäusen attackiert? Das gibt's gar nicht. Mann, ey. So. Seh ich nämlich nicht. Oh. Toll, jetzt gibt's schon Zielhilfe, weißt du? So. So. The next one. Oh, Vögel. Komm her. Dumme Sau. Hehehehehe. Money. Money, money. Money, 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 money. Money, money, money. Money. Ist das hübsch? Oh Gott. Erinnert mich ein bisschen an Diablo, muss ich sagen. Oh, Dalokat ist online. Hi, Dalokat. Hehehe. Spielt, der spielt bestimmt kein Pokémon. Äh, da können wir ihn hier, glaube ich, ganz gut berauchen. Hehehe. Hehehe. Nein, ich hab vergessen, mir eine Wasserflasche zu holen. Scheiße. Ach, das ist doch kacke. Mach ich gleich. Das ist doch Müll. Müll, Müll, Sondermüll. Ah. Natürlich, natürlich. So. So. Okay. Eie. Was ist das? Hm, Abfall und Geld. Abfall und Geld. Okay. Hm, was mein ich jetzt mit dir? Aua. Kurz überlegen. Du Arsch. Ähm. Was muss ich, was muss ich? Warte mal kurz überlegen. Äh. Ach. Natürlich. Macht Sinn. Macht Sinn. Nein, 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 nein. Ich mich verbrust. Mensch. Irgendes Rattenpack. So. Hey. Hey, hey, hey. Oh, zwei auf einmal, zwei auf einmal. Nein. Nein, 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 nein. Papier. So. Alter Schwede. Junge, 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 Junge. Das war jetzt aber schon eine Challenge, so ein bisschen. Ah, Schlüssel. Ich habe meinen Schlüssel gefunden. Guck mal, Schlüssel. Oh ja, schön. So. Okay, was haben wir hier noch? Kurz gegentreten. Abfall. Ich liebe Abfall. Was ist mit dem Ding? Krasse Scheiße, Alter. Krasse Scheiße, Alter. Geil. Das ist ja nice gemacht gewesen gerade. So, habe ich irgendwie gefeiert jetzt. Keine Ahnung. Oh. Jumoi, das hat gepasst. Gebastardes. Oh, ein Banner. Das ist weg, Staubsaugen. Oh Gott. Schon widerlich. Können wir hier irgendwas mit dem machen? Nö. Okay. Erstmal hier aufräumen. Macht ja schon aber sonst keiner. Okay. Was hat das mit dem Banner auf sich? Okay, okay. Okay, da können wir auch nichts machen. Können wir mit Fluigi? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das hat wahrscheinlich überhaupt nichts zu bedeuten. Wahrscheinlich. Ich wusste es. Ich wusste. Ich wusste. Flup. Hä? Okay, irgendwas kommt da gleich runter. Bestimmt ein Geist oder so. Hä? Hä? Ah, warte. Cool. Oh, wie geil. Wie cool ist das bitte? Mümpen. So, und da können wir mit dem Nubbel hier ziehen. Ups. eine Leiter. Voll geil gemacht. Voll geil gemacht. Wirklich. Tschüssi. Und der nächste Streich. Oh, der Kerker. Oh, sieht das aus hier. Sieht das aus hier. Erschmurre Kerzen ausboosten. So, hier Gardinen brauchen wir hier nicht. Der braucht schon Gardinen. Licht sowieso nicht. Okay, das kriegen wir bestimmt auch noch irgendwie auf. Ach, nee, das kriegen wir gar nicht auf. Warte. Wahrscheinlich mit ihm hier, ne? Ja, natürlich. Tschüss. Okay. Ähm. Ach, wahrscheinlich müssen wir wieder mit ihm jetzt, ne? Tschüss, Mario. Kommt er her. Sonst kommt er in die Guillotine. Oder so. Okay, 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 okay. Ich verstehe. Oh, Moment. Ich wollte eigentlich erst mal die Münzen da oben. Okay. Naja. Oh, mein Asi läuft, das gibt's gar nicht. Hey. Komm her. So. Weg mit dir. Ich hab die restliche Familie auch schon eingesaugt. Oh, was ist das hier? Nee, 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 nee. Was ist das? Das können wir doch bestimmt irgendwie aufmachen. Irgendwie kriegen wir das hier auf. Die Frage ist nur, wie. Moin. Da oben ist auch noch so ein Ding, ne? Okay, irgendeinen Trick gibt es hier. Oh. Okay. Dankeschön. Ah, warte. Ah, ja. Danke für die Mütze. Was mit ihm? Macht ihm das auch was aus? Ja, 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 ja. Wie mich auch. Ähm. Gut, Problem ist natürlich jetzt nur, Luigi mag halt gar kein Wasser, aber wir können wahrscheinlich irgendwas deaktivieren, ne? Okay. Tschüssi. So. Kiste. Eine Schlüssel. Oh, eine Schlüssel. Oh, eine Schlüssel. Oh. Und eine Buh. Oh. Science. Hallo? Ich, hallo. Ah ja, danke. Okay, ich glaube, das war es hier soweit. Nein, was ist das? Das finde ich ja nichts muss. Ohne ich mit dem ich ja nichts muss irgendwas hochfange. Nein. Okay. Okay. Jetzt ist aber natürlich immer noch die Frage, wie kriegen wir das Ding da oben runter? Oh. Shit. Okay, okay, geht doch einfach, als ich dachte. Moin. Cool, 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 cool. Hm. Ich dachte vielleicht, dass wir das runterfahren, weißt du? Wie kriegen wir das Teil da oben runter? Ich dachte vielleicht, wenn wir das Ding hochfahren, fährt das runter. Vielleicht müssen wir aber auch wieder Double Action machen. Ich habe keine Ahnung. Oh, warte mal. Was ist denn das? Toll. Oh, Gott sei Dank. Richtig, Moment. Hilde Kackrate. Nice. So. Wir haben einen Schlüssel. Und wir benutzen einen Schlüssel. Oh. Oh, ein Fisch. Fisch. Was mache ich mit dem Fisch jetzt? Ein Fisch. Die Mini-Maus-Öhrchen, die habe ich noch. Ja. Die sind mal oben. Oh. Hm, lecker. Ih, der Fischkopf da oben. Ih. Die habe ich aber noch. Ja, ja, klar. Flups. Warte mal, wir haben die an die Schlüssel. Oh. Okay, da ist Wasser. Ich verstehe. Ich kriege jetzt Husten. Das kann doch wohl die Wahrheit. Hör auf mit der Scheiße. Wie dämmlich kann man eigentlich sein. So. Okay, lass mich mal kurz überlegen. Mal kurz überlegen. Was können wir hier vielleicht noch machen? Was mit den Ketten vielleicht? Aber hier können wir was machen. Warte mal. Okay. Wow. Wow. Toll. So. So. Mal kurz switchen. Nice. Okay, war doch so einfach. Du mieser Arschkack-Sau. Willst du mich verarscht jetzt oder was? Das gibt Rache. Revenge, bitch. Schnee. Mario. Oh Gott. Können wir doch erst noch mal Staubsaugen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es geht auf Zeit. Fuck. Okay, schnell, 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 schnell. Loos. Ah. Nein, 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 nein. Boah. Danke. Junge, 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 Junge. Huh. Das war knapp. Wer? Bist du denn? Hallo? Wer oder was bist du? Ähm. Okay, was ist das? Aha. 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 Was macht das? Okay, das verändert die Welt, möchte ich sagen. Aber wie? Was bringt uns das? Auf contaminier? Und? Ahem. 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 Das war's. Cool. Okay, wieso kriegt Luigi da Schaden von? Ach, leck mich doch. Ah, doch. Ich habe wohl ein Witz. Ist ja wohl ein Witz. Oh. Kann man das Ding nicht ziehen? Danke. Kann man. Das geht nur bis hier und was machen wir jetzt? Und vielleicht hier mit irgendwas? Äh, da fehlt uns irgendwas, glaube ich, oder? Oder bin ich blöd? Wir gehen mal weiter, ne? Nee, können wir leider nicht. Äh... Können wir vielleicht. Vielleicht geht da, dass wir umsatteln können oder so. Aber das geht ja irgendwie nicht so. Vielleicht mit dem Pümpel... Dunkellicht bei den Rädern? Okay. Ich vergesse dieses Dunkellicht immer und immer wieder. Ja. Ja. Ja, ja. Beruhigt euch mal jetzt. So schlimm ist das nicht. Danke für den Tipp. Ich vergesse... Ich weiß nicht, warum ich dieses Dunkellicht immer wieder vergesse. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum. Ihhh. Oha. Piss off. So. Schön. Nice. Okay. Oh, der schmeißt bestimmt gleich seine Axt nach uns. Kann ich jetzt mal bitte den Kopf da haben? Okay, darf ich nicht. Gut. Oh. Die nehme ich natürlich mit. Da kenne ich ja gar nichts. Mal gucken, ob hier irgendwas hinter ist. Mal gucken, ob hier irgendwas hinter ist. Das sieht doch fast so aus. Nicht? Ach komm. Ob da nicht ein Geheines hinter der Wand ist. Ich sehe das doch. Hier auf jeden Fall. Okay. Aber es geht... Oh, ich sehe. Wir machen das auch mal. Tschüss. Ich gehe das gleiche, immer gerne. Oh. Ich gehe das mal an. Ich gehe das mal an.